Wir haben einen neuen Hänger. Da gehe ich jetzt auch gerne drauf ein. So ein Hänger kostet aktuell knapp 30.000 Euro plus Merkstahl, so wie er hier steht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es kostet extrem viel Geld. Das soll auch so sein, weil es ist wirklich, glaube ich, einer der besten, qualitativsten Kfz-Transporter, die man so haben kann aktuell. Aber manche Sachen können wir halt auch selber. Deswegen zeigen wir euch einmal den Ausbau plus einmal das Verladen. Bis zum nächsten Mal. 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 Ah ich hab gehört. ihr wollt noch ein bisschen ausanderen. ihr müsst auf jeden Fall noch einen anderen Stoßdämpfer kaufen. Das ist ein sehr sehr guter Tipp. Das wusste ich nicht. Wir haben uns auch Richtig nicht erkundigt. Wir haben uns auch noch Stoßdämpfer ausgetauscht. Richtig. Also wir haben eine 760 Nm Gasdruckfeder verbaut. Somit sind wir jetzt in der Lage, dass der Anhänger wieder hält. Man muss sich ja vorstellen, diese Einbauten sind ca. 45, knapp 50 Kilo insgesamt und von daher hatten man natürlich Probleme, dass der Anhänger selbstständig nicht mehr zu kippen war. Wir haben ihn gekippt mit den Einbauten, er federte einfach wieder zurück und von daher die zusätzliche Gasdruckfeder, wo wir jetzt gar keine Probleme mehr haben, Fahrzeug zu laden. Was noch fehlt, ist, wir haben noch einen Kasten. Mein Vater ist den gerade am Ingenieren. Kannst du mal einblenden, aber das dauert zu lange. Wir müssen das Video langsam bringen, weil sonst kommt unser ganzer Ton noch durcheinander. Mein Vater baut noch einen Kasten. Der Kasten ist bereits fertig, den hat er gestern fertig gebaut und den müssen wir jetzt nur noch anbauen, sind nur noch die vier schrauben. Der kommt hier hin? Der kommt hier hin, da haben wir dann eine Verlademöglichkeit bzw. eine Packmöglichkeit von zusätzlichen Gurten oder Kunstlappen, Stauraum einfach. Eine Fernbedienung müssen wir ja haben für die Fernbedienung. Wenn wir auch mal Autos in Holland holen, kann man auch mal ein bisschen Drogen mitnehmen, oder? Das geht auch. Da ist aber auch der Deckel drauf. Geschäftszweig. So, was fehlt noch die Spiegel? Die hast du jetzt mal angeguckt. Wir haben ja schon ein paar Autos verladen. Da muss man ja zu sagen. Und? Ja, Spiegel möchten wir aber noch ganz gerne verbauen. Es gibt immer die Möglichkeit, dass man mal irgendwie im Halbdunkeln selber ein Fahrzeug verlässt. Aber die sind schon da, aber die sind schon da. Die musst du eigentlich meine Ruhe verbauen, ne? Richtig, genau. In aller Ruhe und dienen einfach dafür, wenn man vorwärts mal mit dem Fahrzeug reinfährt, dass man von der vorderen Schlohstange oder unteren Lippe sieht, wie weit ist man noch hier von der Winde weg. Dass man da wirklich noch so ein Sicherheitsabstand hat von zehn Zentimetern. Und dass man auf der sicheren Seite ist. Auf der rechten Seite kommt zusätzlich noch ein Spiegel, linke Seite auch. Dass man als Fahrer dann sieht, wie weit bin ich von jeweils in der ganzen Flucht rechte und linke Seite von der Fahrzeugaußenwand. Was sagst du zum, wenn es jetzt mal nach so ein paar Verladungen... Du hast ja auch schon ein Rennauto geholt, einen relativ tiefen Porsche. Was sagst du? Also wunderbar. Man hat absolut keine Probleme mit der Fahrzeughöhe. Normale Fahrzeuge haben ja durchschnittlich eine Bodenfreiheit von circa zwölf Zentimeter plus. Sonst würden sie in keiner deutschen Waschanlage reinpassen. Und Rennfahrzeuge... Hör mal, Danny. Du hast mich gut ausgebildet. Es ging eigentlich nur darum, was du sagst. Also vom Verladen her. Super easy, oder? Super easy, total einfach. Geld wert? Und das Geld war auf jeden Fall wert. Also auch von der... Ich sag mal, man hat ja auch gespart, sag ich mal, von der Zeit her, vom Zeitansatz. Ich habe bis jetzt noch keine Klagen gehört. Der Felix hat schon zwei, drei Autos geholt. Und das war auch, wie gesagt, der riesen Vorteil. Es ist zwar schön, so ein High-End-Ding zu haben, aber es ist halt praktisch, wirklich praktisch. Ich höre keine, boah, jetzt hier, wie soll ich da, kam ich kaum raus. Und ich, alter Mann, wie soll ich denn aus dem Auto rauskommen? Ich erinnere mich an mehrere Restaurants. Und wenn du das hier alles siehst, es hat auch was mit Qualität zu tun. Alleine jetzt, heute, wir haben Ende November, ist es so, dass wir noch mindestens drei, vier Transporter haben mit sehr teuren und hochwertigen Autos. Und hätte ich das Geld schon viel, viel früher gehabt, hätte ich sowas auch schon viel, viel früher gekauft, bin ich ganz ehrlich, nachdem ihr mir immer erzählt habt. Und es hat einfach was mit Qualität und auch mit der Qualität zu tun, die wir liefern wollen. Auch dem Kunden, dass der Kunde uns jegliches Auto zur Verfügung stellen kann, was wir transportieren können. Die Fahrruhe ist ganz anders. Man fährt mit einer Geschwindigkeit zu 80, 90, 100 und man merkt kaum, dass ein Anhänger hinten dran ist. Also ich kann da noch nichts zu sagen. Wir haben ein paar in uns das Video geschrieben, ich hätte auch schon einen Lkw-Führerschein. Jein, ich habe vor anderthalb Jahren mit dem Lkw-Führerschein angefangen, habe den jetzt mal kurz unterbrochen für knapp anderthalb Jahre und fange jetzt aber wieder an. Und ich denke Februar, März 2022 kommt ein YouTube-Video, wo wir durch den Mac 3 fahren. Ja, also dann kann ich euch mal was dazu sagen, weil ich habe auch keinen Hänger-Führerschein, keinen Träger-Führerschein, weil ich bin noch relativ jung. Die haben nämlich da drunter geschrieben, das Video, der muss doch so einen als Führerschein, wie heißt der aus deiner Generation, wenn du früher hattest, den Führerschein. Das ist meiner. Das ist der alte Dreier. Ja, habe ich nicht. Ich bin jünger. Ich bin 36 Jahre, da hat man sowas noch nicht. Ja gut, mit dem alten Dreier, da kannst du ja auch keine Lkw, was wir jetzt haben. Nein, aber mit dem Hänger hätte zu fahren dürfen. Gut, okay, das stimmt natürlich. Da habe ich nicht. Dann bald ja. Okay, ich hoffe, er darf dann, ob er es dann kann, dass er immer da ist. Das stimmt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bei Fragen haben wir keine Ahnung dazu. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ciao.